Wie viel TNT passt in das Haus meines besten Freundes? Und genau das finden wir heute heraus. 5, 6, 7, 8. 20 TNT sind schon mal und pro platzierten TNT bekommt er von mir einen Euro. Und ja, ich hab hier ein bisschen Geld dabei. Wie wird er reagieren? Er kommt dann zu seinem Haus und alles ist aus TNT. Und das Beste daran ist, in genau 24 Stunden zündet diese Bombe. Und jetzt könnt ihr mithelfen. Pro Like und Kommentar geht die Bombe eine Minute früher hoch. 153, okay, wie viel wird sein? Schätz mal in den Kommentaren. Wir müssen einfach, wenn wir uns hier bewegen wollen, uns den Weg freikramen, weil überall TNT ist. Also bei 200 sind wir schon mal locker. 277 TNT, also knapp 300 Euro. Und ihr habt jetzt in der Hand, wann ich drücke.